Hallöchen! Popöchen! Willkommen auf meinem Kanal! Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Robocop Rogue City und wir schauen mal, ob wir hier noch irgendwas machen können. Ich muss jetzt leider den Schusstest nochmal machen, weil er das nicht gespeichert hat beim letzten Mal. Aber dann können wir beweisen, dass wir es noch besser drauf haben. Versteht ihr? Das ist 50, falls ihr versucht, zu verbreiten den Rekord zu können. im letzten schuss im letzten schuss im letzten schuss krass war entschränkt aber geil kann ich dir helfen haben wir gestern schon sind wir hier mal gucken warte mal das sieht tatsächlich ein bisschen anders aus krass was soll ich sagen oder was okologe los knie gestoßen stromme ja Es ist kein Geheimnis, dass ein Krim ist auf der Reise, seitdem die Medien der neuen Mann in der Stadt eröffnet wurde in der Stadt. Das Wort auf der Straße ist, dass er viel Geld in Old Detroit will, und das hat alle Gang in der Stadt starten zu verbreiten. Wir müssen ihn finden, bevor alles aus Kontrollen werden. Wo sind wir? Unsere Bestand ist, dass er mit den Torch-Händen hat. Robo, ich möchte, dass du mit der Arcade in der Stadt starten kannst. Es wurde eine hohe Aktivität für Punks. Entstanden. Alle anderen, gebt ihr Augen offen. Any questions? Any word on Briggs? What happened to Briggs? Er hat mich verletzt seit gestern. Shit. Officer Briggs bleibt verletzt. Das ist über 24 Stunden, seitdem er in Kontakt mit jemandem hier ist. Sind die beiden Fallen verbunden? Kein Grund für das. Aber wenn jemand findet Briggs informant, wir lernen etwas anderes. Okay. Ja, ja, ist dir gut. Chill doch mal dein Leben, Baby. Chillen Sie Ihr Leben, Baby. Warum soll ich den jetzt vorfahren, Alter? Ist ja auch krass, ne? Was stehst du an meiner Karre, du Affe? Ja. Kann ich mir den wirklich Auto fahren lassen? Junge, Junge, Junge. Ich hab grad was geschrieben. Und ne Sprachnachricht. Wartet mal. Du hast es gesehen, nicht? Du hast es gesehen, nicht? Es wäre leichtes zu verbring es auf dem Boden. So Sprachnachrichten, die man nicht abspielen darf. Oh, hallo. Mietz, Mietz. Wieder Hi. Lass die Katze in Ruhe, Junge. Lass die Katze in Ruhe, Junge. Lass die Katze in Ruhe, hab ich gesagt. Katze, wenn der dich nervt, ne? Ich schieß ihm die rüber weg. Kannst du aus deinem Gehirn lecken. Delta City. For your children. Kann ich Ihnen helfen, junger Mann? Machen Sie da. Children allein. Dann schieß ich sie tot. Schieß ich in eine rein. Guck mal gar nicht hin. So, dann wollen wir doch mal gucken. Was geht ab, ihr Punks? Unabhängige Nachrichten. Nummer 14. In dieser Ausgabe. Außerirdisches Marketing. Trend zur Vermüllung von Flüssen. Zeichen. Trend zur Vermüllung von Flüssen gibt es da schon. Du brauchst ja nur mal nach Indien fahren. Das Radio. Ja moin. Aufstellung von Strafmandaten. Polizeibeamter. Als Polizeibeamter kannst du Strafmandate für Ordnungswidrigkeiten wie Trinken in der Öffentlichkeit und Verkehrsverstöße ausstellen. Halte rechte Maus das Produkt. Hier ist ein Hydrant. Da darf man nicht vorparken. Du Arsch. Das gibt ein Ticket. Für sie. Du Arsch. acho. This is Reed. Mayor Kuzak just stormed into my office. Apparently his niece's car's been stolen. Find it. This goes to the top of your priority list. You can start by asking about it at some local Garages. For the record, it's a BLU SUX 6000. Gucken wir uns hier mal in Ruhe um. Ist das ein blauer Wagen? Entschuldigung. Nein. Sie sind noch nicht, sie sind nicht belästigt worden, noch nicht. Dankeschön, Sir. Relevant für den Fall. Deduktion Level 2. Warte mal. Haben wir einen Punkt? Wir haben einen Punkt. Ich brauche Deduktion, das Level 1. Ah ja, okay. Da müssen wir hin. Leider. Können wir das nicht scannen? Ich komme gleich wieder, Freundchen. Das sage ich dir. Ich werde Beweise finden und dann ziehe ich dir die Hose runter. Boah, Arschloch. Ben? Hm? Ja. Das sage ich dir. Das sage ich dir. Das sage ich dir. Dankeschön. Dankeschön. Das sage ich dir. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Erzählen Sie mir von Scott. Tell me why you think he is responsible. He's young, bright and would like to rule the world. I get it. But nearly every month he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life and where there's smoke, there's usually fire. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop and I'm not okay with it. And you let him come back? It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle and I let him come back. Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. That is all for now. Hey, make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid and he deserves another chance. a court of law will be the judge of that. Okay. I'm sorry. 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 Wait a minute. Where are you coming from? No historical investments. Not in this market. We're looking for it anyway. Wie groß ist denn bitte die Welt, Alter? Bin grad voll schockiert, erstaunt. Ich finde eure illegalen Scheißsachen so wahrisch trinken in der Öffentlichkeit das gibt eine Strafe Ich verstehe was sie meinen Verwarnung aussprechen Nein Ja Nein Nein Ah, direkt ins Koma genockt Oh wirklich, Mann? Du bist mein bester Freund Ich liebe dich Wir gucken uns überall um Kein Scheiß, ich finde alles Was ist da drinnen Öffnen Aha Ich hab euren gestohlenen Scheiß gefunden Und jetzt werde ich ihn behalten Denn ich bin der RoboCop Kann man da rein, das sieht so besonders aus Ein Scheißhaus Ein Scheißhaus Für alle So Freunde Läuft gut Lass mich die Arme und Schwachen unterdrücken So muss das sein Was ist los? Kann ich ihnen helfen? Haben sie Angst? Wurden sie ausgeraubt? Ich mache alle fertig Ey Hallo Ich werde dich finden Du kleine Piss-Nelke Hier Strafmandat, du Arschloch Die Arbeiten, du faule Dreck-Sau Die Arbeiten, du faule Dreck-Sau Die Arbeiten, du faule Dreck-Sau Du Piss-Nelke Rate mal, wie scheißegal mir das ist Habe ich ein bisschen den Überblick verloren Wo wir hier sind Das war laut Das war laut Jo Kleiner, der Boss war nicht beeindruckt von dem, was du mit dem Sax gemacht hast Aber er ist ein vernünftiger Typ und lässt dich die flinken Finger behalten Solange du vor Anbruch der Nacht in der Werkstatt auftauchst Oh Gott, ich habe gut verletzt Hallo Hallo Du musst bist Scott. Was hast du mit dem blauen SUX-6000 gemacht, den du geholfen hast? Hey, warum hätte ich nichts damit zu tun? Ich habe in Ben's Shop gefunden. Du kannst mir nicht helfen. Ich will nicht mehr Probleme, besonders für Ben. Eingeständnis wäre das Beste. Verzweißen, dass ein Verzweißen ist der beste Kurs für jeden jungen Offender. Ich kann nicht zu Juvie. Wer wird das Verzweißen? Mein Verzweiß ist, dem öffentlichen Verzweißen zu helfen. Okay, okay. Ich verzeihe. Es war ich, der die SUX-6000 hat. Aber er hat mir keine Wahl gelegt. Wer ist er? Ich kann euch nicht sagen. Wenn ich ihn weggegeben würde, er würde auf Ben nehmen. Oh, Gott! Es muss das Beste. Wir sind tot. 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 Wenn sie sind, dann sind sie diejenigen, die wir sind. Hallo? Anybody nach Hause? Wo sind Sie, Scotty Boy? Du kannst nur so lange hide. Oh! Es ist die Metal-Pick. Blast sie! Habt ihr noch Fragen? Ich beantworte gerne alle Fragen. Ihr Affen. Obst du noch mehr? Kein Problem. Kein Problem. Oh man... Ich bin sicher, es ist noch in der Chop Shop. Es ist ein Schwerhaus auf dem Nord-East-Side. Die Entrance ist veröffentlicht, aber ich bin sicher, dass ihr es finden könnt. Ich bin kein Krieger, aber wenn es einen anderen Weg gibt, würde ich helfen. Vielleicht braucht ihr ein bisschen mehr Interesse. Wer ist verantwortlich? Es ist Rex, von der lokalen Gang. Ich habe nur für ihn gescheitert gearbeitet, aber dieses Mal hat er mich das Auto zu holen. Er sagt, er wollte den SUX6000, was wir bei Ben's reparieren. Als ich sagte, es war zu heiß, er hat mich mit seinem Knife gescheitert. Warum hast du geblieben? Sie sahen, diese Thugs. Sie waren für mich. Sie wussten, ich habe ihn verstanden. Sie wollten den SUX6000, von Ben's Shop, aber ich wollte ihn nicht in die Probleme, so ich habe einen anderen. Ich wundere mich, dass jemand ein Schwerhaus gegeben hat, aber die Worte auf der Straße ist, dass es zu der Herrin der Herrin ist. Ein Kriminell, sollte die Polizei verabschiedet werden. Ich weiß, ich habe nur gedacht, dass ich das selbst herausführe. Ben war gerade aus dem Start. Ich sollte nicht auf diese Straße gehen. Das ist alles für heute. Nein. Kleine Puppels-Gang, Alter, die schiel ich überall auf. Ne, Junge, was ist los mit dir? Hier, uns die Waffen verkaufen gehen. Ich habe den Überblick verloren, wo ich herkomme, deswegen gehen wir jetzt nochmal rum. Wenn ich einen von euch Junkies dabei erwische, wie ihr Jellybeans oder Murmeln nur zum Spaß wascht, lasse ich euch für die Teile bezahlen, die ihr geschrottet habt. Dann gehen wir das mal klären hier, hm? Das wäre schön, wenn ich selber die Knarre jetzt in die Hand nehmen könnte. Aber leider ist das nicht möglich. Ab unbebl работать. Abnehmt! Abnehmt. Abnehmt! 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 Abnerhmt! Abnehmt! Anja! Was haben wir denn jetzt hier geschrieben? Ist das hier in der Wohnung? Ne. Ja, ich hab verstanden, dass das... Tut mir leid. Belastende Beweise, ganz viele. Oh. Äh. Cool. Einfach einen Fähigkeitspunkt bekommen. Ja, dann machen wir das hier. Ja, ich wollte erst Schlösterknacken hochskillen, aber wenn wir dann besser mehr Sachen scannen können. Ich werde sie mit einem Motorrad bewerfen. Ich sehe Ficarinos. Hä? Kann ich mal etwas schlafen lassen. Wo ist der eine Typ bei euch hier? Ständig mit Granaten wirft Ob es hier überall Farbe explodiert Das habe ich nicht ganz verstanden Ich finde zum Beispiel das hier geil Dass sie hier auch The Wood und Washers, Measures, Cables, Bulbs, Nuts und so weiter Finde ich cool Ihr Auto brennt Das Motorrad ist im Weg Das nehme ich mal mit Ich weiß nicht warum ich die ganze Zeit mit einer Roboter rede Aber Wer war das Das gibt Ärger Oh ich bin dagegen gestoßen Das macht einen lauten Knall Achso Solange ich das trage Versteckter Raum Ihr werdet so leiden Alter Ich gehe nochmal schnell gucken Nicht dass ich was vergessen habe Ich bin Overcup Ich bin Overcup Ich gehe mal den kriege ich jetzt nicht auf Deswegen wollte ich nämlich hier Auf Level 6 kommen Dahin Tja Aber Das wird jetzt leider nichts Hab dich gesehen Du Lappen Ach das Auto vom Bürgermeister Ja mein Und tausend Leichen Und tausend Leichen Haben die Population erstmal dezimiert Död Sieht schon geil aus irgendwie Ich kann nicht glauben Du hast es tatsächlich getan Also als rationaler Roboter Muss ich sagen Du bist verhaftet Du Lappen Es tut mir leid Aber als guter Mensch Der ich bin Proceeding to secure the perimeter Keys are in the ignition Thank you so much I promise I won't mess this up Okay Jetzt werden wir 100 EP bekommen Das ist nicht viel Ist euch das eigentlich klar Als guter Bürger Der ich bin Habe ich ihn jetzt laufen lassen Ich schau mich um Und hau euch dann aufs Maul Ich guck mich überall um Und finde jeden Scheiß Was ist denn hier passiert Was ist denn hier passiert Ich tue nur meine Pflicht Ich bin sogar noch besser. Aber ich... Ist der Obdachlose involviert? Ich bin nur bereit, zu hören, eine große Geschichte von Green People zu hören. Haben Sie irgendwelche Gedanken über diesen Verlust? Ich glaube, die Mädchen wurde irgendwo anders getötet. Und der Körper wurde nur hier verabschiedet. Wir haben die Fahrradfahrzeuge und die Marken. Wenn wir ein Auto finden, dann finden wir unser Perp. Ich denke, der Perp hat seine Hand in eine grün, blühe, Guacamole-ish-Goo. Der Körper ist in eine grün. Warum ist es immer wieder nach Essen mit dir? Ja, ruf es einfach an. Sekunde, wir holen jetzt den Flow dazu. Na, jetzt geht er nicht ran, weißt du? Da sind wir die Richtigen. Na? Hä? Ich klär das mal eben. Ja, tut mir leid. Ähm, ich bin grad in der Aufnahme. Und, äh, ich hab dich jetzt live einfach dazu geschalten. Äh, die geht noch, die geht noch, äh, so acht Minütchen und dann würde ich dich, äh, bei Discord anrufen. Und dann können wir Helder was spielen. Okay, okay. Okay, okay. Bis gleich. Bis gleich, tschüss. Ach, herrlich. So. Ausliebchen macht viele, zu viele Gedanken über die Kosten. Hm. Wir machen den Mörder platt, Alter. Ja. Ja, okay. Wir wissen, dass wir mit Rechtsflick Sachen durchsuchen können. Boah, die sieht aber schlimm aus, Alter. Ja. Öl-Basis. Auftrauma durch Einwirkung eines stumke Gegenstands. Kommen wir die auch untergehoben? Mhm. Kannst du mal die Fresse halten? Ich bin hier der Roboter. Habt ihr ein Fahrzeug wie das gesehen? Nah. Aber das schlägt es deutlich. Das kann man nicht. Irrelevant. Da ist der andere Schuh. Ja, der wahrscheinlich zu unserer Verwaltung. Lass uns noch andere Kluge finden. Zeugen befragen. Hallo. Oh, I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him. But you must accept the truth. Tell me what you know. It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens? I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot. I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID. But I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens. So it all makes sense. Casey must have discovered something there. And they got her. That must have been what's happened. Tell me about the aliens, please. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it. That's why you need my newsletter. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Now the set. Auf zum Filmset. Alalalala. Auf zum Filmset. Schalalalalala. Wir gucken erst nochmal hier, ob es hier noch was gibt. Ich finde alle versteckten Sachen, Freunde. Oder so gut wie auf jeden Fall. Aha. So nicht, Freunde. Das ist ein Geist. Das ist auf jeden Fall ein Scheiß, also im Wasser zu werfen. Oh nein. Ich würde dann mit dem Wasser schicken. So auf jeden Fall in den Scheiß zu werfen. Ich würde mich merken, aber wunderschön nach den Scheiß zu haben. we had fish on friday you have no idea how much it reeks you violated the law oh man so I pay the city for not removing my garbage and now I have to pay for removing it myself that's ridiculous. the moral is to stay away from fish activity you have lost this in the mill to do you fool and now he does not come into the sea I believe a fish is a guy just left his nuke just left his nuke that's really cool here. can we have a few rocks on the top and says, hey, this is a private conversation, pig nenne mich nochmal schwein brauchst du denn da? ja, alter, hier sind alle am kotzen, am rayan, am alles machen sie hier die stadt ist schon nicht klein, alter, bin ich ganz ehrlich was denn du da? oh, I'm telling you officer, dumpsters are like a bag of candies, you never know what you're gonna get never know what you're gonna get youngy, youngy, youngy hello what's up sugar looking for some company good evening was casey carmel a friend of yours? she was found dead a few hours ago so it's true I usually don't talk to the cops but casey bragged she met with some rich guy from tv she was gonna milk him dry but who the guy was? only casey knew that's all I know now if you excuse me I've got a custom someone waiting for me okay ich würde sagen, wir sind jetzt bei 45 minuten ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, machen wir einen cut und dann sehen wir uns in der nächsten folge lasst mir ein bisschen Liebe da, Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren ciao chau